Bericht, zwei Premier-League-Trainer im Fokus Wer wird nächste Saisons Bayerns neuer Trainer? Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass zwei Kandidaten hervorgehen. Wer wird nächste Saisontrainer des FC Bayern München? Diese Frage beschäftigt Fußball-Fans seit Wochen. Und die Spieler des deutschen Rekordmeisters auch. Grund, einige Verträge laufen aus. Leon Goretzka sagte am Samstag, dass es der entscheidende Punkt sei, zu wissen, wer der Trainer sein wird. Doch Sportdirektor Max Hebert wollte sich keinen Stress machen. Ich hoffe, bald mit den Kandidaten an der Heimatfront zu sein, sagte er gegenüber Sky. Wer sind diese Kandidaten? Vor allem zwei Premier-League-Manager stehen im Rampenlicht, Roberto Dezebi und Unai Emery. Matthäus Schles-Flick aus Lautbild gelten sie als wahrscheinlichste Kandidaten für die Nachfolge von Thomas Toche. Der Kicker berichtete kürzlich, dass Dezebi kein Thema mehr sei. Der 52-Jährige hat einen vertragbarsten Willer. Aber Emery tut es. In der Vergangenheit führte er Vereine wie den FC Sevilla und Paris Saint-Germain zum Erfolg. Mit BSG wurde er französischer Meister, 2017-18, französischer Pokalsieger, 2016-17, 2017-18 und gewann auch den französischen Pokal-Liga-Pokal und Super. Pokalsieger. Mit dem FC Sevilla gewann er in drei aufeinanderfolgenden Saisons, 2013-14 bis 2015-16, den Europa-League-Titel. Laut Bild soll Max Hebert sowohl Dezebi als auch Emery mögen. Es heißt, dass hinter Dezebi ein großes Fragezeichen steht, da er noch keinen Spitzenklub leiten muss. In Berichten im Fachzeitschriften wird auch Hansi Flick als möglicher Kandidat genannt. Doch laut Lothar Matthäus hat der Triple-Meister 2019-20 andere Pläne. Der Rekord-Nationalspiele sagte gegenüber Sky, soweit ich weiß, wird Hansi Flick nicht mehr in der Bundesliga arbeiten. Er konzentriert sich stärker auf das Ausland. Er konzentriert sich stärker auf das Ausland. Untertitelung des ZDF, 2020